Die Schrecken, die das Monster nicht rechtzeitig erkannt hat. Dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Sollte er Eitungsdarm hindern, selbstständig zu denken? Ich hab's geschafft, er hat mich engagiert. Offiziersjahrgänge gefallen Sehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen Es hole Phrasen, wir müssen jetzt handeln Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann Die Lokomotiven, all das zu zerstören HALTER! Zu der ich heute den ersten Drehtag habe Nach Westen, Richtung Elbe Das reicht! Titulieren niemals! Fägelei! Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder Jeder, der um die Römer's für was weiß, das ist ein Angespenst und Fantasie Alles so unmöglich Heiha! Das war's für heute.